Der Betriebsräte, die Finanzkammer, die Leiterin des DZSAN-Archivs, Verwalter der Hochschulgemeinde, der Generalsekretär des Pastorallamtes, die Chefregateurin der Kirchenzeitung, die Leiterin der Finanzkammer, der Generalsekretär der Katholischen Aktion, der Leiter der Medienstelle der Ärzte in Zöse Wien, die Leiterin des Schulamtes, der Leiter der Kirchenmusik, die Leiterin der Theologischen Kurse, der Leiter der Datenverarbeitung der Diözese, die DZSAN-Jugendstelle und Personalreferat. Bischof Knall, Probst Hahn, Chronikus Berger, der Bischofsfäcker der Stadt Wien, das sind die Pastoralassistenten, zwei Religionslehrer, Vorsitzende der Berufsgemeinschaft, der Diözesaninspektor, Metropolitz Deikus von der griechischen Orthodoxenkirche, die Ordensschwestern, Vorsitzenden der weiblichen Ordensgemeinschaften und die Haushälterin des Erzbischofs, die Vertreter der fremdsprachigen Gemeinden, die es in der Erzdiözese gibt. Zwei Pfarrgemeinderäte, Angestellte des Erzbischöfigen Rentamtes und seines Sekretariates, der Bischof ist ja nicht Angestellter der Diözese, er hält kein Gehalt von der Diözese, sondern wenn eine Diözese gegründet wird, dann muss auch gesorgt werden, dass der Bischof von etwas leben kann. Und das nennt man das Rentamt. Pfarrliche Angestellte, hier Dommesner, Kindergärtnerin, die Vertreter apostolischer Bewegungen, Herzbischof hat ja eine große Schwäche aus seiner Studentenzeit und Studienzeite aus Frankreich für die französischen geistlichen Bewegungen, in denen sehr vieles lebendig ist. und Ministranten von St. Stephan, als Vertreter der Kinder und der Jugend, zwei Jungschau-Kinder. Kirche ist Gemeinschaft. Nur im Miteinander kann auch ein Bischof seinen Dienst erfüllen. Kirche ist Gemeinschaft. Wappen. Nun sprechen alle das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der jungen Frau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitze zur rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Hebelen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, auferschöner der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Fürbitten, das gemeinsame Gebet, schließt den Wort Gottesdienst. Jesus Christus hat uns in seine Kirche gerufen. Zu ihm wollen wir für unsere Erzdiözese beten. Erfülle unseren neuen Erzbischof Christus mit den Gaben des Heiligen Geistes und schenke allen Seelsorgern freudigen Eifer, Zuversicht und Treue in ihrem Dienst. Wir bitten dich uns beizustehen. Herr, herr! Segne alle Bemühungen der Politiker und der Verantwortung.